Hallo, mein Name ist Alex Buruka und hier ist das News Live Sommerspezial. Es gab ja viele Highlights in diesen ersten 62 Sendungen. Ich persönlich erinnere mich noch an die mit den wohl meisten Emotionen. Es war der 31. Mai 2024. Wir alle standen kurz vorm Wochenende. Wir alle waren kurz davor, nach Hause zu gehen und wir wurden nochmal wachgerüttelt durch das blutige Attentat eines Islamisten auf Islamkritiker Michael Stürzenberger auf einem Marktplatz in Mannheim. Damals wusste noch niemand, dass der Polizist Rufen Lauer, der bei diesem Mordanschlag schwer verletzt wurde, wenige Tage später verstarb. Wir schauen nochmal auf diese Sendung vom 31. Mai 2024, 15 Uhr. Hier sehen Sie nochmals die wichtigsten Passagen aus dieser Breaking News. Bei einer Kundgebung des Islamkritikers Michael Stürzenberger in Mannheim ist es zu einer brutalen Messerattacke gekommen. Ein Video aus dem Livestream des Politikers zeigt, wie ein Mann mit einem Messer auf den Politiker losstürmt und versucht, ihn niederzustechen. Als die Personen am Stand und die Polizei intervenieren wollten, sticht der Mann ebenfalls auf Zivilisten und Beamten ein. Dabei ist zu sehen, wie er das Messer in den Hals eines Beamten rammt. Schließlich wird der Angreifer von einem weiteren Polizisten niedergeschossen. Und wir möchten das vorab sagen, die Bilder und Videos, die Folgen könnten verstörend sein. Im Studio jetzt bei uns unser Politikchef Ralf Schuller. Grüß dich Ralf. Und Newsreporter Julian Reichelt. Es fehlen einem die Worte. Ja, es ist halt einer der Vorfälle, die man irgendwie hat kommen sehen. Michael Stürzenberger, seit Jahren auf deutschen Marktplätzen unterwegs, als Islamkritiker. Islamkritiker. Ein Mann, der natürlich, wie wäre es anders zu erwarten, von nahezu allen Medien im Land sozusagen als rechtsextremer Populist geframed worden ist, der vom Verfassungsschutz überwacht worden ist dafür, dass er auf gewisse Gefahren, die mit unkontrollierter Einwanderung aus muslimischen Ländern nun mal einhergeht, hingewiesen hat. Er ist schon häufiger attackiert worden, er ist schon häufiger angegriffen worden. Heute Morgen 11.35 Uhr auf einem Marktplatz in Mannheim während einer Kundgebung, die auch live im Internet gestreamt worden ist, plötzlich angegriffen worden von einem jungen Mann, den Bildern nach zu urteilen, ungefähr Anfang 30, Bertig mit einem Messer, dieser Mann ist auf ihn losgestürmt, wir zeigen die Bilder hier in einer gepixelten Variante, weil die Plattform YouTube das so verlangt, mit einem Messer auf ihn zugestürmt, dann in eine Rangelei geraten, weil Menschen Michael Stürzenberger zu Hilfe geeilt sind, weggedrängt worden, wieder aufgesprungen, ich sehe die Bilder hier vor mir, mehrfach auf Michael Stürzenberger eingestochen, dann ziehen ihn Leute weg von dem blutenden und verletzten Michael Stürzenberger. In dem Moment eilt Polizei herbei. Polizei zieht die Waffe, ein heldenhafter Polizist, das muss man so sagen, wirft sich offenbar auf Michael Stürzenberger, um ihn zu schützen. So sehe ich das hier auf dem Schirm vor mir. Und der Messerangreifer nimmt das Messer und rammt es diesem Polizisten in den Hals, bevor andere Polizisten den Angreifer niederschießen können. Eine auf den ersten Blick, wir wissen tatsächlich noch keine weiteren Details über den Täter, aber ich sag mal, der Tathergang und das Opfer deuten hier eindeutig auf eine politische Motivation hin, die etwas mit den Aktivitäten von Michael Stürzenberger zu tun hat. Das ist natürlich eine Szene, die man eigentlich nicht erträgt, das muss man ganz klar sagen. Und Master CEO schreibt, gute und baldige Genesung für alle Verletzten. Ich hoffe, es bleiben keine bleibenden Schäden zurück, weder physisch noch psychisch. Dem schließen wir uns natürlich vollumfänglich an. Was einem da durch den Kopf geht, ist natürlich, ohne dass wir die Details schon kennen, dass jetzt eine Art von Gewalt auch bei uns angekommen ist, die wir kennen von dem Mordanschlag auf Theo van Gogh in den Niederlanden oder beispielsweise bei den verschiedenen Attacken auf Kurt Westergaard in Dänemark, den Karikaturisten der Mohammed-Karikaturen. Also eine Militanz, die sich auf Islamkritiker richtet, die am Ende mit blankem Mordwillen unterwegs ist. Und ich habe den Eindruck, dass auch in der Vergangenheit schon, wir haben mit Vertrauten von Stürzenberger gesprochen, bekannt war, dass er gefährdet ist und die Polizei, sagen wir mal, indifferent vor Ort war, ohne da irgendwelche Schuld zuweisen zu wollen. Wir können dann nachher gerne noch darüber sprechen, wie hart er den Islam kritisiert hat, ob das immer angemessen gewesen ist. Fakt ist, einen Mordanschlag hat niemand verdient, aus welchen Gründen auch immer. Von dem, was wir bisher hören, scheint Michael Stürzenberger selbst sich nicht in Lebensgefahr zu befinden. Bei den Polizisten oder zumindest dem einen erkennbar verletzten Polizisten auf dem Video haben wir noch keine Erkenntnisse. Es ist auf jeden Fall davon auszugehen, da man sieht, wie dieser Mann von einem Messer am Hals getroffen wird und im Nacken getroffen wird, dass es sich um schwere Verletzungen handeln wird. Und deswegen auch von meiner Seite, unsere Gedanken sind natürlich bei den Opfern dieses Anschlags, dieser Tat. Die Polizei kann am Ende immer nur versuchen, dort, wo es brennt, einzugreifen oder aber zu schützen. Am Ende muss die Politik regeln, was in diesem Land passiert und wer einreist. Und der Kolumnist Harald Martenstein hat das unlängst in der Welt mal so interessant geschrieben, als er darauf hingewiesen hat, dass der Rechtsextremist Martin Sellner aus Österreich ein Einreiseverbot hat, aber durch die illegale Migration ein Prozentsatz seien es auch nur wenige Prozent von illegalen Migranten ins Land kommt, die beispielsweise bei Aushebung der Thüringer Terrorzelle Anschläge in Schweden planen oder aber den Kölner Dom sprengen wollen. Das geht nach wie vor so weiter. Ich habe mir vor wenigen Tagen mal die Zahlen der unerlaubten Einreise, von der Bundespolizei festgestellten unerlaubten Einreise nach Deutschland angeschaut, nachdem uns ja quasi erzählt worden ist, es gibt jetzt Grenzkontrollen und die Sache ist einigermaßen im Griff. Daran ist einfach nichts wahr. Diese Einreisezahlen sind weiterhin absolut stabil. Wir werden bis zum Ende dieses Jahrzehnts eine Zahl im Bereich 1,2, 1,3, 1,5 Millionen Menschen erleben, die unkontrolliert zu uns kommen, von denen wir nicht wissen, wer sie sind. Und immer wieder sprechen wir dabei über das Thema islamistische Ideologie, die zu uns einreist. Und das ist ganz, ganz wichtig zu betonen, islamistische Ideologie beginnt nicht mit dem Terrorismus. Islamistische Ideologie beginnt, wenn ich zum Beispiel der Tochter, die noch nicht in der Pubertät war, vorschreibe, ein Kopftuch zu tragen. Denn das Kopftuch ist vorgesehen nach der Geschlechtsreife. Auch das ist sehr streng religiös, aber ein Kopftuch vor der Geschlechtsreife, schon da beginnt der Islamismus. Das heißt, wir haben es mit einem viel breiteren Phänomen des Islamismus, der täglich zu uns einreist, hier in Deutschland zu tun. Und damit sind wir dann bei Michael Stürzenberger. Ich muss sagen, ich kenne jetzt nicht jede Äußerung, die Michael Stürzenberger mal getätigt hat. Da waren sicher auch einige rabiate Sachen dabei. Man muss vielleicht einmal sagen, man darf auch sehr rabiat kritisieren. Das gehört zum Grundrecht der Meinungsfreiheit. Aber Michael Stürzenberger hat eben darauf hingewiesen, dass es sich bei der islamistischen Ideologie eben nicht einfach um eine Religion handelt, sondern um ein breites Massenphänomen einer fanatischen Ideologie, die unser Land natürlich massiv verändern wird. Wir erleben es alle in unseren Städten. Wir erleben es alle in unseren Straßen. Diese Leute marschieren durch unsere Straßen. Sie fordern das Kalifat. Sie haben nichts zu befürchten von Nancy Faeser. Übrigens, Nancy Faeser, unsere Innenministerin. Ich habe jetzt hier gerade mal auf Twitter geguckt. Nancy Faeser ist hier mal ganz fix dabei, wenn sie irgendwo rechte Hintergründe vermutet, sich auf Twitter zu äußern. Zu dieser Tat, zu diesem Angriff in Mannheim logischerweise noch kein Wort von Nancy Faeser. Und wenn ich jetzt mal hinter mir schaue, ins ZDF, auch da natürlich keine Berichterstattung über das, was passiert ist. Zur Einordnung, die ganze Welt berichtet gerade darüber. Die New York Post, die Daily Mail, alle berichten über das, was hier in Deutschland, in Mannheim passiert ist, weil es eben von hoher politischer Relevanz zu sein scheint. Und im ZDF hinter mir auf dem Bildschirm gut zu sehen. Ich glaube, das ist diese Sendung, wo es um so Gerümpel geht, was versteigert wird. Die läuft da gerade. Frau Schröter, wie islamisch ist die deutsche Zukunft? Was wird in den nächsten Jahren passieren, wenn sich das alles so weiterentwickelt? Das muss man ja sagen, wie es die letzten zehn Jahre gegangen ist. Nämlich weitestgehend ungehindert. Worauf gehen wir zu, wenn wir die Demos sehen, wo das Kalifat gefordert wird? Gestern habe ich ein Video hier aus Berlin gesehen. Da wird vollkommen offen die Vernichtung von Menschen gefordert. In dem Fall, die sich an die Seite Israels stellen. Und man muss es ja ganz klar sagen, der Rechtsstaat tut nicht ansatzweise das, was er tun würde, wenn ähnliche oder vergleichbare Parolen auf rechtsextremen Demos skandiert wird. Wie islamistisch wird Deutschlands Zukunft? Ja, also ich würde mal sagen, wir laufen in französische Verhältnisse hinein. Da haben wir das ja schon viel länger, dass Islamisten sich im öffentlichen Raum austoben, dass sie andere bedrohen, andere abschlachten, ob das in der Schule ist, in der Kirche ist oder einfach nur in der Fußgängerzone. Und so etwas droht uns natürlich auch. Weil die Franzosen sind uns ein Stück weit voraus. Und wir bekommen natürlich in dem Moment, wenn wir dieses Problem überhaupt nicht angehen, und ich sehe da bis jetzt nicht furchtbar viele Initiativen, dann laufen wir zwangsläufig in so eine Situation hinein. Die Lage in den Schulen wird immer schwieriger. Wir haben mittlerweile nicht nur segregierte Communities, wir haben auch schon die Entwicklung zu Parallelgesellschaften. Wir haben sexuelle Übergriffe in extrem erschreckender Zahl ausgehend von Migranten und auch von denjenigen, die als Flüchtlinge in den letzten Jahren zu uns gekommen sind. Wir haben Clankriminalität, wir haben Morde im Namen der Ehre etc. Eine lange Liste. Und es passiert einfach nichts. Es passiert nichts. Es wird weggeschaut. Und alle hoffen, dass die Medien nach ein paar Tagen sich wieder einem neuen Thema zuwenden. Und das ist fatal. Das war fatal für unsere Demokratie. Also werden wir hier nicht tun. Wir werden an diesem Thema dranbleiben. Liebe Frau Schritte, herzlichen Dank, dass Sie so spontan sich die Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne.